Ja, liebe Freunde des EJ-Team TV Buschhütten, normalerweise erwartet euch in diesen Zeiten ein Video von unserem Triathlon in Buschhütten oder aber auch kleine Previews der Liga-Wettkämpfe. Aber wie das nun mal so ist, aktuell herrscht doch ein anderes Thema vor und dementsprechend warten wir heute mal mit einem kleinen Blick hinter die Kulisse auf. Als Premium-Partner des EJ-Teams und mein Arbeitgeber sind die Lahn-Dill-Kliniken ebenso von der Corona-Krise betroffen und wir mussten unsere Arbeitsweise deutlich ändern, haben wir uns auf den Notfallbetrieb umgestellt. Aber wie man hier gut sehen kann, wir sind stolzer Partner des EJ-Team TV Buschütten. Damit in solchen Zeiten die Moral nicht ganz verloren geht, gibt es natürlich auch unterstützende Maßnahmen. Bella, komm! Ja, los, hopp! Wie dieser waschechte EJ-Hund. Wasserratte ist sie, Ausdauerläuferin par excellence. Den richtigen Dress der Roten trägt sie auch, nur dass wir im Radfahren haben wir noch nicht so ganz hinbekommen. Natürlich müssen wir hier Vorsichtsmassnahmen ergreifen, die die Allgemeinheit mittlerweile auch nun zu spüren bekommt. Wir schon seit vielen Wochen natürlich selbstverständlich einsetzen. So, ready! Ja, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber neben dem, dass man vielleicht Sport und Training vermisst, wisse ich beispielsweise auch sehnlichst den Friseurbesuch. Aber auch in diesen Zeiten öffnen sich vielleicht doch auch mal, wo man es nicht erwartet, die ein oder andere Tür. Und mal schauen. Leider sind das aktuell auch mal Türen, die man sonst nicht so gerne öffnet oder betritt. Aber gut, dass es auch das gibt. Ja, ich hoffe, diese kurze Sequenz war nicht allzu langweilig. Ich wünsche allen Sportlern doch noch vielleicht den ein oder anderen Wettkampf dieses Jahr machen zu können. Viel Spaß beim Training und bleibt alle gesund. Tschüss! 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 Vielen Dank.